ja gut dann schauen wir doch mal weiter und dann hier unten der gute costa den wir bestimmt auch noch mal belang fingern können perfekt wer sagt das so alles goldbrocken levitation und kleiner heiltrank her damit costa hat noch zwei goldmünzen für mich und einen schrank das merkt er überhaupt nicht wenn ich das neben ihm machen der hat einen festen schlaf möchte ich auch gerne mal haben da oben bist du mich milch jetzt bist du keine mich mehr kann ich hier noch irgendwo mich irgendwie heilen wasserfass perfekt nach dir habe ich gesucht mein leben lang ich möchte dich heiraten nimmst du meinen antrag an oder heilst du mich wenigstens wahrscheinlich nur letzteres los trick schneller die fenster hier in dem haus sind auch sehr süß die spalten da vorne los trick schneller wird schon tag oder noch nicht ich sehe da rechts eine beere die werde ich mir auch gleich unter den nagel reißen ich weiß also den nagel in der nagel reißer super sprüche drauf da drin sich auch eine truhe die ich mir vielleicht auch mal zu gemüte führe danach mit costa anbandeln hallo elias und bürgerin was haben wir hier gold heiltrank und wolfsfell was auch immer wieder mit machen ich quatsch dir später mal an wenn es tag ist erst mal hier noch fragen wer bist du müssen bauer geh lieber trainieren schleichen macht nur sinn wenn einem dabei keiner zu hast du recht ach lass mich doch jetzt guckst du auch noch dann gehe ich halt zum costa costa was war das hier geldeintreiber willkommen ich bin costa der pfandleier wenn du irgendwas brauchst ich kann es dir besorgen was verkaufst du so alles was ich in diesen schwierigen zeiten auftreiben kann ich habe waffen tränke schmuck spruch rollen und vieles mehr wenn du es brauchst kann ich dir sogar ein bett besorgen du bist wahrscheinlich der besitzer aus dem von dem hotel oben deine waren sind viel zu teuer wenn du kein gold hast dann verschwinde hier bettler kann ich nicht ausstehen doch ich wollte hier ne handeln machen wir später vielleicht gold ne delgado wartet auf sein gold da kann er lange warten ich bezahle nicht mehr ich befürchte das wird der gado gar nicht gefallen soll das etwa eine drohung sein mach dich nicht lächerlich so lächerlich gibt hier ne her damit du willst also nicht zahlen ist das dein letztes wort pass mal auf kleiner es war nicht sehr klug von dir dich mit delgado einzulassen du hast dir die falsche seite ausgesucht don esteban ist nicht mehr hier und die stadt untersteht jetzt dem orden der heiligen flamme von mir kriegt ihr nichts mehr und ja das ist mein letztes wort dann ruck raus mit dem scheiß los dann muss ich mir das gold wohl einfach nehmen du willst dich also mit mir anlegen bitte den kannst du vergessen habe ich schon erledigt ich habe gleich gewusst dass der versager nichts taugt also gut dann nur wir beide jetzt gibt es was mit der groben kelle hier kannst du mal mit meiner groben kelle haben jetzt geht's rand schön auf dem bett kämpfen alter wer auch immer das sagte an der seite obsehe legt sich jetzt nicht einer aus Versehen ins bett los los da keine chance du bist wahrscheinlich noch schlechter als fuller kann ich dich ja her damit kostiges schwert hast du noch mehr nö vielen dank was hast du dazu zu sagen was willst du dir mieser schläger was willst du reicht dir mein gold noch nicht ich hatte dich gewarnt ja ja ich weiß du kannst nichts dafür und hattest einen auftrag genau also am besten vergessen wir die sache und tun so als nichts passiert wäre gut schließlich muss es weiter gehen habe ich jetzt 300 gold von ihm gekriegt wo bekommst du deine waren her da keine waren mehr in die stadt hineinkommen muss man halt das verkaufen was bereits hier ist wie meinst du das die bauern die armen schweine haben kaum genug zum leben für ein paar goldmünzen verkaufen sie dir auch ihr letztes haben gut das ist nicht nett du beutest die bauern aus ausbeuten niemand zwingt sie an mich zu verkaufen wenn sie glauben sie müssen ihren familien schmuck gegen ein warmes bett eintauschen ist das ihr problem wenn sie almosen wollen sollen sie zur belschwur gehen ich mache geschäfte und habe nichts zu verschicken ich denke mal ein paar zimmern lass uns handeln was hast du denn die triche ich glaube davon legen wir uns mal ein paar zu ist das gold schmiedehammer haben wir glaube ich schon ne schmiedehammer braucht man sowas bräuchte er mal so einen klingenschaden 20 was hat unsere denn äh hiebwaffenschaden 18 aber was kostet der spaß 85 gold also den hier nehme ich auf jeden fall erstmal offiziersrock was haben wir hier hiebwerfen und klingen 5 plus 200 gold will ich jetzt echt hier meinen ganzen bratz äh will ich zaubern nö nö ja komm wir sind heute heute sind wir mal großzügig ist das gleiche holzschild kleine holzschild sehr beliebt bei reisenden abenteurern kleine handschild äh steht ja auch handschild oh aber davon kannst du mal zwei haben das ist 40 gold als anzahlung dazu den kannst du kriegen den bogen kannst du kriegen der rostige schwert kannst du sowieso kriegen das ist ja auch schwert ne ne mach jetzt ah ja ein schwert behalte ich trotzdem erstmal ich glaub sonst ist nichts dabei ne sonstiges hier eine spitzhacke kannst du haben eine pfanne diamanten fürs schmieden behalten was ist das da goldbörse ja die werde ich gleich nochmal öffnen da sind bestimmt noch die 300 gold drin so komm handeln wir mal vielen dank äh lass mich in ruhe machen wir mal die suchst du was bestimmtes wieso ich hab dich grad schon vermöbelt die goldbörse würd ich gern aufmachen hier ah 300 goldmünzen da sind sie dann auch 150 davon krieg ich ja dann gehen wir doch mal eben zum delgado oder wie hieß hallo äh hier ne hier ist dein gold sehr gut damit kann ich zumindest erstmal die bande bezahlen hier ist dein anteil scordo wird erfahren dass du gute arbeit geleistet vielen dank äh erzähl mir was von ihm erzähl mir von scordo hey eigentlich hätte ich seinen namen noch nicht einmal erwähnen dürfen ich kann dir nur so viel sagen scordo leitet die geschäfte des don hier in der stadt wo kann ich ihn finden gar nicht er hat sich versteckt er wird dich finden wenn es soweit ist und jetzt verlieren wir kein wort mehr ok wie ist das wetter wir machen wir jetzt weiter wenn du noch ein bisschen in der gosse bleiben willst kannst du ja mal versuchen bei josh abzukassieren da kommt meistens nicht besonders viel bei rum aber man nimmt mit was man kriegen kann ansonsten solltest du einfach die ohren aufhalten es gibt genug probleme aus denen du kapital schlagen kannst da sind wir ja schon übungen drin ne kannst du mir jetzt was beibringen kannst du mir was beibringen ich halte mein wort wenn du willst zeige ich dir wie du ein guter taschendieb wirst ich würde gerne noch ein besserer dieb werden ich will ein besserer dieb werden kann ich überhaupt geschicklichkeit stufe 10 hohe geschicklichkeit ermöglicht es dir bessere bürgen zu benutzen außerdem verursacht du im fernen kampf mehr schaden das heißt du kannst mir ja gar nichts mehr über den doofen diebstahl beibringen was sagen denn meine unsere 10 lernpunkte haben wir zur verfügung ja schwertkampf brauchen wir glaube ich jetzt nicht so sehr momentan also wenn die jetzt alle nur so stark sind wie fuller ist ja okay kann ich mit leben ein paar mal talent für das benutzen von armen brüsten die brüste wo wir mal auf geschicklichkeit gehen ne ja dann nehmen wir mal ein bisschen geschicklichkeit ich will ein besserer dieb geschicklichkeit ich will geschickter werden weiter so reicht ja auch dann erstmal ne dann haben wir noch 5 lernpunkte vielleicht finden wir ja noch irgendwas tolles was wir lernen können ihr werdet alle wach ne ist nichts mehr drin ha 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 hab ich alles ausgeraubt guck da blöd was da wer bist du bäuerin du machst das schon ich will jetzt nicht mit dir reden wer bist du was ist los was haben wir hier ohne den richtigen schlüssel wird das nichts brauchen wir einen schlüssel den finden wir auch noch wer bist du hier du hast das gleich an mich hey warte mal ich hab den besten fisch der stadt und du hast glück weil heute heute ist und du du bist mach ich dir ein super angebot lass hören wenn du bei mir einen fisch kaufst erhältst du einen weiteren gratis dazu das sind zwei fische für den preis von einem stell dir das mal vor ist das nicht unglaublich ja ich kann es wirklich kaum glauben ich will aber gar keinen fisch haben was hast du für fische ich hab alle hering fang frisch und scholle ebenfalls ganz frisch ist das alles nein ich hab noch ein hai im angebot ein schönes high steak weckt alle müden lebensgeister solltest du unbedingt probieren redest du immer so redest du immer so viel was soll ich denn machen keine sau will meine fische hätte ich diesen scheiß stand bloß nie gekauft hab mein ganzes gold dafür hergegeben ich hab einfach keinen blassen schimmer vom fischgeschäft schlecht ne warum verkaufst du den laden nicht warum verkaufst du den laden nicht willst du ihn haben ich nein ich hab keine ahnung von fischen siehst du so geht das den meisten hier nur ich bin dann auch noch so doof dann einen fisch stand zu kaufen ich könnte mir in den hintern beißen für diese dummheit verkauf doch einfach was anderes ist doch egal was kann ich dich ausräumen hey hast du mal ein stängel kraut für mich ja hab ich geb ich dir aber nicht wieso grinst du denn so dämlich gar nichts ich hab die fische umsonst gekriegt ich hab die fische umsonst gekriegt